Moin Moin Freunde und damit herzlichst Willkommen zu einem neuen Spiel hier auf diesem Kanal bzw. eigentlich ja nur der angekündigte Nachfolger. Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zur Eröffnung der F1 2021 Wochen. Ja, wir haben den Release jetzt soweit durch bzw. haben jetzt endlich Zugriff auf das Game. Und können jetzt in aller Seelenruhe die ganze Geschichte jetzt hier heute angehen. Ihr seht schon natürlich das, worauf wir alle scharf sind. Breakpoint, die neue Story grundsätzlich hier jetzt ja mit am Start. Da werdet ihr euch aber auch gedulden müssen. Ich werde da die erste Folge, ich hatte eigentlich planmäßig gesagt, dass ich die ersten Morgen bringe, weil ich ja heute theoretisch die Strecken-Quick-Checks dahingehend machen wollte und mir die mal ein bisschen ansehen wollte, die neuen Strecken. Aber da hat man mir jetzt leider dann zugespielt bzw. ich muss das jetzt auch selber sehen, dass es da so das kleine Problem gibt, dass die Strecken tatsächlich scheinbar nachgepatcht werden und gar nicht zum Release, was das angeht, fertig waren. Und ja, das war jetzt so ein bisschen suboptimal, um es mal vor sich auszudrücken. So melodramatisch muss die Musik jetzt noch gar nicht werden, aber soweit in Ordnung. Das heißt also, wir beschäftigen uns jetzt erstmal heute dann mit ein bisschen was anderes. Ich muss meinen Plan wieder ein bisschen umwerfen. Breakpoint, meine Lieben, also kommt dann heute Abend planmäßig die erste Folge. Wird aber ein bisschen später werden, weil dadurch, dass wir damit jetzt noch nicht gerechnet haben, waren wir darauf jetzt auch nicht hundertprozentig vorbereitet gewesen. Das heißt, ja, das kann wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit die Verzügung nach sich ziehen, aber ich hoffe tatsächlich so irgendwie im Laufe des Abends, dass da was kommen wird. Kann auch sein, dass das vielleicht erst nach dem EA-Stream wird, der heute Abend auch noch auf Plan steht. Müssen wir mal schauen, wie wir das angehen. Aber ja, ich denke mal, das kann schon sein, dass ich das durchaus noch heute gebacken kriegen werde. Was machen wir denn nun an dieser Stelle? Ihr habt es ja schon so ein bisschen jetzt im Folgentitel ahnen können. Wir beschäftigen uns heute jetzt mit zwei Dingen. Erstens möchte ich mich mit euch so ein bisschen durch das neue Menü klicken und schauen, was wir jetzt hier so für neue Auswahlmöglichkeiten haben. Denn ein bisschen was hin und her geschoben hat sich hier schon, habe ich schon gesehen gehabt. Da möchte ich euch so ein bisschen noch eingehen, so ein bisschen so einen kleinen Check machen von dem, was sich hier so getan hat. Plus dazu dann aber auch, Freunde, natürlich ganz klar das erste Rennen, was ich mir mit euch ansehen möchte. Das heißt also, die beiden Dinge, die jetzt so ein bisschen auf dem Zettel stehen. Ich gebe schon mal so weit durch. Wenn ihr auf jeden Fall F1 begeistert seid, wenn ihr da Spaß dran habt, wenn euch auf jeden Fall das auch gefallen wird, was die nächsten zwei Wochen kommen wird, nämlich planmäßig, ja, diese Woche dann zwei Folgen täglich, nächste Woche dann nochmal einmal pro Tag eine Folge, dann würde ich sagen, nicht lang fackeln, Kanal abonnieren, liken und Glocke, wisst Bescheid, könnt ihr damit umgehen. Guti, dann würde ich sagen, haben wir soweit jetzt erstmal das grobe Rum herum geklärt und können jetzt tatsächlich so ein bisschen einsteigen, die ganze Geschichte. Ja, Startmenü, wie gesagt, Breakpoint, Storymodus, verschieben wir alles noch so ein bisschen, da wissen wir alles, was kommt. Dann habe ich schon gesehen, dass sie im Kalender tatsächlich ein bisschen was getan hat. Man sieht jetzt hier tatsächlich so offiziell Kalender, so mit den realen Events, die uns jetzt quasi erwarten in F1, also das heißt zum Beispiel jetzt dann, ja, planmäßig dann nächste Woche der große Preis von Silverstone in Großbritannien, also quasi das Originale. Und hier sehen wir zum Beispiel jetzt momentan die geplanten Wartungszeiten für die Liga-Events. Ich jetzt nicht der große Liga-Fahrer für euch da draußen, vielleicht von Relevanz. I don't know. Nehmen wir tatsächlich nochmal so mit. Dann, ja, in Sachen Karriere hat sich jetzt tatsächlich auch was getan, denn wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, das ganze Ding, ähm, ja, etwas gescheiter zu spielen als sonst. Normal sind wir Einzelspieler, ganz klar, Fahrkarriere, MyTeam-Karriere, soweit alles geläufig. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine Zweispieler-Karriere aufzuziehen. Wir gehen mal ganz kurz eben drauf und dementsprechend, ja, können wir dann, ähm, hier mit euch, oder ihr mit eurem Freund oder wie auch immer, mit wem ihr hier fahren wollt, könnt ihr dann dementsprechend also so gesehen eine Saison aufziehen mit zwei Spielern. Dementsprechend hier, den Rest könnt ihr ja selber lesen, das muss ich glaube ich jetzt nicht so weit vorträgtern. Ja, und genau, das ganze Ding dann dementsprechend durchziehen. Ähm, genau, wir gucken mal ganz kurz hier eben, MyTeam-Karriere kennt ihr auch noch, hat sich jetzt auch eine Kleinigkeit noch getan. Wir können natürlich hier auch wieder bestimmen, äh, wie die Season zum Beispiel jetzt aussehen soll. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal ganz kurz hier die, äh, Einstellung, Frage, nehme ich meine einen Einstellung oder kann ich die Einstellung so bestätigen? Ja, ich kann die Einstellung von mir aus so bestätigen zum Beispiel, genau. Denn darauf wollte ich noch hinaus. Das ist nämlich so der nächste fette Punkt, der jetzt dazu gekommen ist. Ähm, bei den, ähm, MyTeam-Karrieren, Ähm, ihr seht hier schon, also Freunde, es gibt die MyTeam-Icons. Ähm, Icons vielleicht euch ja schon bekannt, aus dem EA-Genre, Jargonre, äh, ist das ja so ein bisschen hier von FIFA her, nämlich quasi Helden- und Legendenfahrer, die man tatsächlich jetzt hier in der MyTeam-Karriere verwenden kann, wenn ihr drauf Bock habt. Also ihr seht schon, Senna, Schumacher und, ja, oder auch Rosberg, etc. Ähm, die könnt ihr dann dementsprechend alle wunderbar dann quasi in eure Karriere mit reinfügen. Aka dann diese Fahrer dann für euch fahren lassen. Haben natürlich dann auch ein gewisses Rating. Ich habe schon, glaube ich, so ein bisschen gesehen gehabt, in die 90er-Wertungen, äh, geht das schon hinein. Aber ich glaube, ähm, keiner der Fahrer ist besser als eine 94. Das heißt, sowohl Schumacher, ich glaube, Senna war es noch, Hamilton und Verstappen. Das sind, glaube ich, die bestgeratetsten Fahrer. Ähm, allesamt mit der 94 unterwegs. Und, ähm, ja, die könnt ihr, wie gesagt, in eure Karriere einbauen gehen. Werdet ihr natürlich wahrscheinlich dann in eurer Mighty-Team-Karriere nicht direkt verwenden können. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ihr dann, ähm, dann auch die Anforderungen dafür erfüllt. Ne, plus natürlich finanziell geht das ganze gutes Geld. Könnt ihr euch ja vorstellen. Aber, ja, das, wie gesagt, also ist da mit bei. Genau, also damit ihr das auch schon mal auf dem Schirm habt. Wie gesagt, das ist da jetzt mitunter möglich. Ansonsten natürlich noch die ganz normalen Fahrerkarriere. Das kennen wir ja soweit schon. Ja, ansonsten der Mehrspieler-Modus, ihr seht es noch, ist auch relativ betrachtet doch recht leicht geblieben. Ähm, einzige, was sich hier so ein bisschen verändert hat, ist für meinen Geschmack hier, es heißt jetzt neuerdings Freundschaftsspiel hier vorne. Ähm, das Rennformat. Ähm, wenn ihr quasi mit euren Leuten einfach zusammenspielen wollt, die einladen wollt. Ich hätte das Freundschaftsrennen so ein bisschen geiler gefunden, von der Begrifflichkeit her. Weil ein Freundschaftsspiel, das ist für mich so, das ist so ein Fußballbegriff auch wieder. Man merkt, die A war hier schon so ein bisschen am Werk gewesen. Ja gut, dann haben wir unter dem guten alten E-Sport-Sektor da, wie gesagt, aber geht es auch erst, ja, so ein bisschen Richtung Oktober, Winter los. Also von daher, ähm, für die ganz interessierten Leute draußen, könnt ihr euch gerne mal ansehen. So professionell bin ich tatsächlich auf dem Wege. Also, ja, müsst ihr mal schauen, aber das waren so grob das Ding. Hier seht ihr noch natürlich Autolackierung, ähm, Fahrerprofile, etc. Auch da alles mögliche einzustellen. Ähm, was es da genau gibt, werden wir uns vielleicht auch nochmal bei Zeiten zu Gemüte führen. Ist jetzt aber so, dass ich jetzt sag, ähm, da möchte ich wahrscheinlich auch noch ein paar Dinge erstmal ansammeln, bevor ich da ein bisschen reinschaue. Denn, ähm, ich weiß gar nicht, wo war denn hier der Shop gewesen? War der Shop, der war, dödödö, hier, da war der Itemshop. Genau, also dementsprechend, ähm, dort könnt ihr euch dann die ganzen Sachen immer wieder für die guten alten Punkte kaufen, die ich jetzt gerade mit meiner Maus nicht anwählen darf, oben, äh, rechts zu sehen, 14.400, jetzt in meinem Fall, beim guten Malte hier. Und, ähm, ja, wisst ihr aber Bescheid, also, da werde ich noch ein paar Dinge sammeln gehen, da können wir dann so ein paar Designs, denke ich, auch mal bei Zeiten zu Gemüte führen, aber das machen wir dann auch zum späteren Zeitpunkt. Gut, ja, das waren so ein bisschen erstmal die grundsätzlichen neuen Menü. Wie gesagt, also Fazit, Breakpoint-Modus, natürlich, äh, Breakingpoint-Modus, wir wollen da richtig bleiben, ne? Ähm, der kommt natürlich dann, ähm, jetzt die Tage, ähm, beziehungsweise heute Abend, planmäßig. Da werden wir uns da nochmal genau zu Gemüte führen und, wie gesagt, das ganz große Thema halt für euch da draußen, die, ähm, ja, mit ihrem besten Freund, mit ihrer besten Freundin, ähm, das Game hier spielen wollen, wie gesagt, so die Möglichkeit, ähm, tatsächlich die Karriere im Mehrspielermodus anzugehen. Genau, also wünsche euch dabei viel Spaß und viel Vergnügen und ich hoffe, es wird euch gefallen. So, was wir denn jetzt noch machen, das hatte ich ja auch schon angekündigt gehabt, das wird jetzt einmal folgendes sein, denn wir setzen uns jetzt noch einmal hin und werden jetzt tatsächlich nochmal ein Rennen fahren zusammen in dieser Episode. Wie gesagt, ich möchte euch ja erst hier nicht ohne nach Hause gehen lassen. Und zwar habe ich beschlossen, wir werden einfach mal rein starten in Spielberg, ist eine schöne kurze Strecke, da kann man tatsächlich das dann so Ding, denke ich, mal geben. Ein paar Runden werden wir da brettern gehen, ich habe jetzt so ein 25%-Rennen, gedacht gehabt, dass wir einfach uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, wie sieht es jetzt neulich fahrerisch aus, was erwartet uns da und auch, um jetzt mich mal so ein bisschen warm zu kriegen. Für euch zum Beispiel vor, ich habe jetzt tatsächlich noch kein Rennen richtig gefahren, nicht ein einziges, ich habe das jetzt nur einmal kurz technisch für euch alles eingerichtet, dass ihr jetzt hier vom Sound her einigermaßen zufrieden sein müsstet und dass meine Steuerung soweit einigermaßen sitzt. Das heißt also, ja, da wird auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen spannend werden. Welches Team starten wir denn rein? Ich hätte gesagt, irgendwas so in der Mitte, damit ich direkt mal gucken kann, ob meine Performance einigermaßen stimmig ist. Vielleicht ein Ferrari einfach? Ja, komm, schmeißen wir mal ein Ferrari rein. Sehr schön, dann setzen wir uns jetzt hier mal an die Stelle von, keine Ahnung, Carlos Sainz rein, wir würden mal eben kurz den Kollegen übernehmen, dann jetzt nochmal eben hier die Einstellung soweit treffen gehen und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja, in Sachen Fahrhilfen möchte ich euch mal ganz kurz eben darauf hinweisen, also mit was spiele ich dann jetzt in der kommenden Season. Ich werde jetzt tatsächlich mir jetzt noch ein bisschen schwerer machen, als es vorher gewesen ist. Ihr wisst ja, ich versuche das nach und nach mir alles anzueignen. Ja, Lenkassistenten hatte ich noch nie gehabt, Bremsassistenten habe ich auch vor Ewigkeiten schon rausgeschmissen. Letzte große Neuerung war ja gewesen zur letzten Saison, dass ich die Traktionskontrolle rausgeschmissen habe. Ja, dementsprechend jetzt also völlig ohne Traktionskontrolle fahre, das heißt also durchdrehende Reifen incoming. Und jetzt habe ich tatsächlich noch den nächsten Step oben drauf gesetzt für euch da draußen. Ich werde als nächstes das ABS deaktivieren, das heißt jetzt also dementsprechend Antiblockiersystem. Das heißt, wenn ich jetzt voll und ganz auf die Bremse trete und aus irgendeiner Panic Reaction das Ding betätige, dann werden die Reifen blockieren und dann habe ich richtig Spaß. Also dementsprechend das Ding jetzt als nächstes aus. Heißt, die einzigen Assistenten, mit denen ich jetzt noch fahre, ist die Ideallinie in Kurven. Das Getriebe, das ich immer auf Automatik habe. Das hat aber auch ein paar aufnahmetechnische Gründe, weil ich finde das nicht so geil, wenn man die ganze Zeit das rumgeschaltet im Hintergrund hat. Und den Boxenstopp-Assistenten, weil ich einfach ganz gern auch mal irgendwo zwei Sekunden innerhalb eines Rennens mal eben Pause habe und mich dann nicht immer auf jeden misskonzentrieren möchte. Genau, also das sind jetzt so noch die letzten Assistenten, die ich habe. Mal gucken, vielleicht dann in F1, 20, 22, dass dann eventuell noch die Ideallinie rausfliegt. Dann denke ich, hätte ich auch alles so, wie ich es ganz gerne hätte, dass ich das dann vielleicht auch noch gebacken kriege. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal das ganze Ding, also so wie jetzt angedeutet, ERS-DS-Hilfe hatte ich ja auch schon vor Ewigkeiten mal rausgekratzt gehabt. Also, beziehungsweise ERS-Hilfe, DS-Hilfe hatte ich noch nie gehabt. Ja, wisst Bescheid. Also, das ist auch jetzt alles self-made hier. Also ein Stückchen schwieriger. So, für die Wochen der Struktur, habe ich mir jetzt gedacht gehabt, starten wir rein mit einem kleinen Blitz-Qualifying. Also eine Runde, die wir jetzt hier drehen werden, um uns mal hier positionsmäßig festzulegen. Session-Länge habe ich jetzt hier mal, wie gesagt, auf 25% gestellt. Drücken wir uns halt auch nochmal eben rein. Wollen wir mal gucken, ja, was denn jetzt passiert damit. Und, ja, wie wir damit so zurechtkommen. Wie gesagt, das ist jetzt dann nicht das Riesending. Aber einfach so ein bisschen um reinzukommen, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Schwierigkeitsstufenmäßig ist das jetzt hier auch so ein kleines Experiment, auch für den Breaking-Point-Modus. Ich starte jetzt hier einfach mit einer 90 rein. Das ist jetzt ein bisschen weniger als das, was ich zuletzt in F1 2020 gespielt habe. Aber ich denke, ein kleiner Downer, weil das Spiel einfach auch so ein bisschen neu ist, ist, denke ich, ganz in Ordnung. Also, ich denke, das kann man dann nachvollziehen. Müssen wir mal schauen, ob ich damit jetzt so ungefähr arbeiten kann. Wenn ich mit dem Ferrari hier ein ordentliches Ergebnis erzielen kann, dann wird das, denke ich, passen. Sollte dem nicht so sein, muss ich vielleicht dann auch nochmal für heute Abend noch ein bisschen was drehen an dem Schwierigkeitsgrad, vielleicht noch ein Stück nach unten navigieren. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, mein Ziel ist auch dort wieder mit euch dann Saison für Saison den Schwierigkeitsgrad auch wieder anzupassen und zu steigern, um zu gucken, dass man da auch dann ein bisschen mit der Zeit geht und wenn man sich ja immer mehr an das Spiel gewöhnt, dass man ja auch dort sich den Schwierigkeitsgrad ein wenig nach oben drehen geht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir zu weit alles geklärt. Lasst uns rein starten ins Rennen. So, dann wollen wir mal vorhin gucken, wie das jetzt also hier so läuft. Ja, also erstmal, boah, erste Kurve. Ja, gut, Hamilton zieht das schon weg. Soll er machen. Ach, verdammte Axt, der ist hier gewesen. Ja, supi, hab ich so schon gut hingelegt. Ja, man merkt schon, also erstmal reinkommen ist hier angesagt. Da wollen wir mal schauen, was hier so geht. Also erstmal schön den Ghost hier vor uns. Eieieiei, also tatsächlich, ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit der neuen Anzeige, dass sich da jetzt so zentral befindet. Da muss ich mich wahrscheinlich erstmal an gewöhnen. Mal gucken, glücklicherweise geht hier eine Runde ja relativ schnell in Spielberg. Aber es reicht tatsächlich auch schon für Hamilton. Hoppala. Um hier schon ein bisschen Forschung rauszuarbeiten. Ja, doch, also es ist ein bisschen auch von der Flexibilität des Wagens, wie ich damit um die Kurven komme und alles. Doch, das ist tatsächlich schon ein bisschen neu, die ganze Geschichte. Wollen wir mal schauen, jetzt wofür das reicht. Ich denke mal, ein tolles Ergebnis wird das jetzt hier nicht werden. Zumal ich jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen wegen... Boah, Hilfe, Alter. Wegen meinem ABS da noch ein bisschen Swaggle. Also, das war tatsächlich gar nix. Ja, Startplatz 20. Okay, alles klar. Ja, ich würde mal meinen, auf jeden Fall, da könnte man dann demnächst noch in der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich ein bisschen was drehen. Wobei die Runde jetzt halt auch wirklich von meiner Seite aus schon nicht gut war. Ja, also ihr habt das Feeling so ein bisschen anders schon in den Kurven. Ich glaube, ich brauche da schon mal ein bisschen andere Eintrittsgeschwindigkeit, als ich das vorher gewohnt war. Das Handling ist einfach ein bisschen unterschiedlich. Mal gucken, ob ich das noch bei Zeiten rauskriege. Ja, schauen wir mal ganz kurz eben, wie viel hat uns das gefehlt? Es war zumindest nur eine Zehntel bis Latifi, aber schon so zwei Sekunden bis Leclerc. Ja, doch, da fehlte jetzt tatsächlich noch ein ganzes Stück. Okay, wenn ich wahrscheinlich eine gute Runde hingelegt hätte, sind es wahrscheinlich immer auf fünf Zehntel. Also, die 90 ist, glaube ich, noch ein bisschen critical. Aber jetzt können wir das Feldwies von hinten aufräumen. Von daher würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal ran an den Speck. Schauen wir mal, was wir damit noch gerissen kriegen. Das Dröhnen der Motoren zwischen den Bergen der Steiermark. Heute startet der große Preis von Österreich. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Max Verstappen steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Latifi und Carlos Sainz startet aus der letzten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, und damit sind wir angekommen, also in der Startaufstellung. Wie gesagt, Platz 20. Das war jetzt halt nicht besonders low. Schauen wir mal rein. 18 Runden sind das jetzt hier. 10 auf Medium, 8 auf Soft. Keine großen strategischen Spielchen hier. Die Benzinlast können wir auch nochmal einstellen. Also, es gibt mittlerweile ja keine Benzingemische mehr, die man reinpacken kann. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, wir den Pauscher mal für eine Runde mehr mit. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Das ist auch noch so ein Ding, wo ich tatsächlich nochmal schauen muss, dass ich mir das so ein bisschen aneigne. Habe ich tatsächlich auch noch nicht so ganz auf dem Zettel, wie das 100%ig funktionieren wird. Aber ja, so ungefähr dann die Grundidee. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie sich das alles auswirkt. Zumindest das Overlay gerade vom Start aus fand ich ganz nett, dass wir da mal ein bisschen was getan haben. Mir persönlich schon mal ein bisschen sympathischer. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze so aufgeht. Auch die ES-Anzeige, da können wir gleich drauf achten. Die ist ja unten auch in der Zentrale damit bei. Also, das muss ich jetzt mal alles auf die Kette kriegen. Also, so einfach ist das alles nicht. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Erstes Rennen, einmal 25% und gucken mal, wie ich mich so schlagen werde hier. Zielplatzierung, habe ich da eine. Ich sah vorhin ja nicht sehr gut aus, aber eigentlich ein bisschen besser als das gerade, muss ich das schon können. Also, vielleicht 13 oder so, irgendwie was da in die Richtung, so unteres Mittelfeld, das wäre schon ganz gut. So, und dann würde ich sagen, sobald die roten Lichter aus sind, geht es los mit dem Großpreis von Österreich in Spielberg auf geht's. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir wegkommen und wie ich mit dem Wagen hier klarkomme beim ersten Start der Saison. Und das war schon mal gar nichts. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus! Ja, das hat keiner gesehen. Dementsprechend also Zeit für Start Nummer 2. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal, also im zweiten Anlauf, jetzt vielleicht ein bisschen gescheiter, gucken wir mal jetzt also, wie der Wagen sich diesmal schlägt. Ja, das ist jetzt schon besser gewesen, sauber. Da komme ich jetzt schon ein bisschen besser mit klar. Jetzt erstmal gucken, erste Kurve, da könnte man ja vielleicht sogar ein bisschen was probieren. Ja, zumindest für die erste Kiste hat's gereicht. Also, wobei ein Latifi ist ja noch gerade der Einzige, sehe ich jetzt, der auf Mediums gefühlt gestartet ist. Und diese freie Reifen aus, was das angeht, genutzt hat. Dann wollen wir mal schauen, was jetzt hier so geht. Also, zweite Kurve. Ja, gelbe Flagge haben wir jetzt irgendwo. Aber ich persönlich habe da jetzt, glaube ich, nichts mit zu tun, sogar abwechslungsweise mal. Ja, und sind dementsprechend auch schon direkt weiter vor, also auf die 16. Vielleicht geht auch gegen Schumacher ja was, der jetzt in den Verteidigungsmodus hineingeht. Ja, jetzt hier auf der Außenbahn, wir wissen ja aus dem Real-Life-Rennen, dass hier der Platz recht knapp bemessen ist. Aber tatsächlich hat auch das gereicht. Sauber, macht jetzt schon mal die 15. So, und dann wollen wir mal schauen. Also, von 15 aus, 13 habe ich wahr, meine Ansage gesagt. Dann wollen wir mal gucken, wie jetzt unsere runden Zeiten sich so entwickeln werden. Oh, und das geht ja schon gut los. Eieieieieiei. Junge, Junge, Junge. Okay, ein VSC tatsächlich. Ein selten gesehener Gast im letzten Teil. Der uns jetzt hier direkt erwartet. Ja, hat es tatsächlich dann wieder erwischt. Mick Schumacher, der da jetzt also dann ausgeschieden ist. Aber kein ganzes Hälfte, sondern wie gesagt, nur das VSC. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir jetzt, wie gesagt, das Tempo soweit im Schach halten. Genau, dass wir jetzt hier keine Strafe kassieren. Und dann kann es tatsächlich auch schon weitergehen. Also, ja, weiterhin erstmal die 15. So, Runde 3 jetzt mit dem DRS das erste Mal unterwegs. Dann wollen wir mal schauen, wie das dieses Jahr mit Windschatten ist und mit den, ja, DRS-Schleifen. Ob das noch genau das selbe Problem ist oder ob das ein bisschen besser geworden ist. Zumindest war mein Ausgang auf jeden Fall alle Fälle besser als der von Kimi jetzt gerade. Sehr schön. Konnten wir mal eben vorbeiziehen und haben uns eine weitere Position gesichert. Auch lila erster Sektor gerade eben. Aber gut, das lag natürlich am DRS im Windschatten. Also, das hat mir da schon ein bisschen die Karten gespielt. Macht dann jetzt also Platz 14. Ja, ansonsten ist das, glaube ich, nochmal eine gute Gelegenheit, um jetzt auf das mal einzugehen, was ihr jetzt hier rechts seht. Also, früher, ja, wo dir quasi nur der Frontflügel kaputt gehen konnte, ist heute im Bereich der Reifenanzeige, wo man sich ja den Verschleiß immer gut und wie alt hergebracht quasi anschauen kann, jetzt auch ganz, ganz viele Einzelteile, die dir jetzt mal in den Schrott gehen können. Heißt also, nicht mehr nur Frontflügel, sondern auch verschiedene Seiten und Teilkästen sind jetzt da mit dabei, die dir jetzt also allesamt kaputt fahren kannst, wenn du unbedingt Bock drauf hast. Das heißt also, ja, da kommt auf jeden Fall schon ein bisschen was zusammen. Ähm, ja, wollen wir mal schauen, was ich denn davon im Laufe der kommenden Saisons alle so kaputt fahren werde. Bin ich mal auf jeden Fall sehr gespannt. Hm, wer weiß, vielleicht kann man sich ja nochmal irgendwann auch bei Zeit mal hinsetzen und tatsächlich mal das Auto gegen die Wand krachen lassen, mal gucken, was sich da so formmäßig tut. Aber erstmal wollen wir mal gucken, ob wir in diesem Rennen hier mal aufs Sport nicht gerissen kriegen. Ähm, ja, haben jetzt momentan wie wie Sekunden. Zwei Sekunden jetzt bis Ocon vorne hinter uns zu Rai Köln, dann werde ich wegen dem Shabbing DS nicht so recht los. Also da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mit zu ackern haben. Ja, wollen wir mal schauen. Also, wie viele Runden sind es eigentlich noch? Jetzt bis, boah, Boxenstopp. Ei, ei, ei. Okay, na, Malte, das geht schnell, wenn du hier nicht aufpasst. Gut, da muss hier im Platz jetzt auch gerade an Rai Köln mal eben abtreten gehen. Ähm, ja, aber es sind tatsächlich jetzt noch fünf Runden, also bis zum Wechsel für uns auf die Softs. Habe mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass ich jetzt aber da so gerade so schnell aus dem Leben gerissen wurde. Also, man merkt noch, der Wagen ist tatsächlich ein bisschen zickig. So, mit dem DS saugen wir uns jetzt wieder ran an Kimi, der jetzt wieder auf die Verteidigungsschiene geht. Boah, das war knapp. Also, manchmal ist die Kiste, boah, noch ein bisschen schwierig einzufangen. Also, hu, 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 hu. Da auch gerade wieder, also die Bremsen, oder das neue Dings, dass ich ohne ABS fahre, das hat halt auch zur Folge manchmal, dass der ein bisschen mehr direkter bremst, als ich es eigentlich erwarte. Und, ähm, dafür sorgt, dass ich dann tatsächlich, ja, so ein bisschen mit einem Hack Probleme kriege, dass mir das dann fast droht, ein bisschen auszubrechen manchmal. Also, dementsprechend, ja, muss man ein bisschen aufpassen, was das angeht. Ja, man lernt halt nicht aus, ne. Also, es sind immer wieder neue Sachen jetzt hier schon, direkt auch gerade in den ersten Folgen werde ich jetzt öfter bei mir sehen, dass ich da mal ein bisschen was lernen muss. Naja, gut, okay, wie viel sind es jetzt bis Ocon? Das war jetzt ja vorhin unser Gegner gewesen. Oh, jetzt sind es tatsächlich schon fast vier Sekunden. So, wir haben es jetzt mittlerweile Runde 9. Die ersten Boxen, ich glaube, sind alle drin. Ich glaube, die werden wir sogar auch alle noch kassieren. Also, selbst der Red Bull oder so, haben wir jetzt nicht eine ganze Runde Vorsprung auf uns erfahren. Eine ganze Runde, einen ganzen Boxenstopp. Also, tatsächlich haben wir die vorerst erstmal auch hinter uns. Nach vorne, na, so richtig rankommen bin ich tatsächlich jetzt noch nicht. Hoppala, aufpassen, Malte. Ja, du darfst hier echt noch nicht so viel quatschen. Das geht noch nicht. Dafür bin ich noch nicht talentiert genug hier. Ne, also, ihr sehen könnt, so richtig rankommen bin ich noch nicht. Wir sind jetzt bei so, ha, 3,7. Das war jetzt halt noch nicht der Weltensprung. Mal gucken, ob wir gleich beim Boxenstopp da vielleicht ein bisschen was gut machen können. Schön wär's zumindest. Vorerst dürfen wir, würde ich mal sagen, erstmal in Red Bull weichen. Ähm, der sich aber bitte noch eben bis zur Startziehe gerade gedulden muss. Dann kann der Kollege hier vorbeiziehen. Bis dahin muss er sich nochmal eben kurz, ja, geduldig zeigen. So, jetzt darf er eigentlich der, weil die nächsten Boxenstopper jetzt hier im Start sind. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ich werde das auch gar nicht groß verteidigen dahingehend. Das ist schon okay, so. Gucken wir mal lieber, dass wir, oh, einen gescheiten Ausgang kriegen, wollte ich gerade sagen. Wenn der Crab da nicht gewesen wäre, hätte ich ihn auch bekommen. So, aber dementsprechend nicht. Und, oh, oh, oh. Das gibt tatsächlich nochmal ein Duell. Ein sehr spitzfindiges, um genau zu sein. Aber eins, wo ich ihn gar nicht mal so sehr ausdränge. Das war sogar fast noch in Ordnung dafür. Hat aber auch ganz schön die Bahn dicht gemacht, oder? Nein, das nur. Tja, ja. Da waren es die feuchten Ferrari-Träume. Ne? Hallo? Ich wollte da Richtung Box. Junge, 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 Junge. Okay, das Ding war nicht ohne. Da kann ich gleich mal ein Schadensmodell reingucken. Ob es jetzt hier da was gegeben hat für die ganze Geschichte. Ne, glücklicherweise nicht. Aber, puh, das war schon dünn. So, gib mal jetzt mal einen Boxenstopp. Ich merke auf jeden Fall schon, 2,5 ist okay. Kann ich nicht leben. Ich sollte auf jeden Fall nicht so viel Benzin mitnehmen. Also, da bin ich tatsächlich nur ein sparsamer Fahrer. Das klingt anscheinend wohl ganz gut hin. Dann geht es jetzt also wieder auf die Piste. Wir sind wieder Platz 14. Jetzt also mit der großen Preisfrage nur, nachdem wir das DS sogar noch behalten dürfen, yay, wo Ocon ist. Und Ocon ist tatsächlich mittlerweile unter die 3-Sekunden-Marke gerutscht. Ja, aber hallo, könnte da vielleicht dann jetzt doch noch was gehen. Oh, wir haben wieder eine gelbe Flagge vor uns. Ja, tatsächlich. Das scheint erst ein Martin zu sein. Der jetzt hier uns den Abgang macht. Jawohl, da vorne rollt er aus. Oder, ne, was heißt rollt aus? Fährt sogar in die Boxengasse hinein. Gut, okay. Hat sie anscheinend wohl so ein bisschen gerettet. Oder so ähnlich. Vielleicht hat es auch den Reifen zerschlissen, wenn ich da jetzt überlege, wenn er sich da noch reinrettet. Ja, kann vielleicht auch mal sein, dass ich den da erwischt hat. Auf die Distanz würde es mich jetzt zwar grundsätzlich wundern, aber, naja. Gut, dementsprechend also, wir einen Platz dann doch noch gewonnen. Sind jetzt auf unsere ominösen 13, die ich haben wollte. Positionsmäßig. Fähren wir gerade ein. Warum ist eigentlich links die Runde und rechts die Position? Ist ja auch völligs Banane. Muss mal gucken, ob ich das nachher umstellen kann. Ja, so ist das schon besser. Jetzt erkenne ich auch mal wieder, was Niveau Phase ist. Das gefällt mir schon eher. Hm, wer auch immer halt auch wirklich auf diese Idee kam, die Anzeigen zu tauschen, ne. Keine Ahnung. Richtiges Verbrechen. Ja, wo Verbrechen? Weil ja, Verbrecher kommen dann auf die Strecke zurück hier in Runde 14. Es ist Zunoda auf harten Reifen. Aha! Habe ich doch also noch einen Bauernopfer gefunden. Mit Okon komme ich ja tatsächlich nicht so mit, aber mit zwei Sätzen besserer Reifen, das sollte tatsächlich doch drin sein in den nächsten paar Runden. So, Startziel gerade. Runde 15. Mal gucken. Vielleicht können wir jetzt mal einmal die Bremsen ausspielen, wollte ich gerade sagen. Ähm, okay. Ne, das war tatsächlich wieder mal ein glatter Verbremser. Ja, siehe da, wir sind trotzdem vorbei. Wir mussten die Position nicht zurückgeben. Keine Verwarnung, aber so richtig faires Manöver war das jetzt tatsächlich noch nicht. Ja, so Dinge, die wollen erstmal tatsächlich gut sein, um einfach auch zu wissen, wie viel ich quasi durch die Bremsen jetzt hier gewinnen kann und welche Aktionen wie gerade ich zum Beispiel besser lassen sollte. Aber gut, okay. Geschenken, Gaul. Schauen wir jetzt erstmal nicht ins Maul. Ist jetzt erstmal die Position. Ist Platz 12. Ja, und dementsprechend jetzt also doch durchaus ein Erwartungsfenster drinnen. Heißt, wenn jetzt Leclerc vielleicht kein Überrennen hat, der sowieso eigentlich ja kein schlechter Fahrer ist, meine Startplatzierung war halt auch ziemlich wumpe, äh, ziemlich ermisst. Hm. Wenn wir halt immer überlegen, vielleicht gehe ich ein oder zwei Punkte runter, wenn es hochkommt. Aber mehr nicht. Also ich bin schon sehr nah dran tatsächlich, meinen 90 jetzt hier an dem, was ich momentan schon jetzt außer Kalten imstande bin zu leisten. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal in den letzten paar Runden jetzt an Ocon ranzukommen und, ja, dann haben wir die Möglichkeit, die Position an Zonada, äh, an Zonada, klar. Wer kennt denn nicht Zonada? An Zonada nicht mehr abzugeben. Ja, also viel mit raus von was tatsächlich nicht mehr. Ja, wir haben es zumindest geschafft, Zonada mal gut zu distanzieren auf über drei Sekunden. Also da kommt tatsächlich nichts mehr von dem. Da braucht man sich keine Gedanken mehr drum machen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob, wie gesagt, ich da vorne jetzt rankommen könnte. Also Ocon und Gasly sind tatsächlich halt ein Stückchen schneller als wir. Ja, doch, das ist, denke ich, so unterm Strich ein ganz bloßes Zeichen. Ich denke mal, wir werden dann heute Abend planmäßig vielleicht mit einer 88 am Start gehen. Das soll kein Zeichen sein, bevor jemand auf den falschen Richter kommt. Nee, aber so der 88, 89 ist schon okay. Max Verstappen, der war im Red Bull, gewinnt derweil die erste Etappe jetzt hier quasi, die wir in unserer hoffentlich doch langen F1-21er-Karriere setzen werden. Ja, die waren ganz gut hier. Ja, doch von Anzeigen passt mir, das ist auch ganz schön. Ja, ich konnte es auf jeden Fall auch einiges lernen. Fazit ziehen wir gleich, lasst uns nochmal eben kurz über die Startsziel gerade kommen. Ja, und haben damit unseren Job hier so weit erledigt. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Vermeer. Eine beeindruckende Teamleistung hat hier in der Steiermark zum Sieg geführt. Stefan, sag mir, was denkst du hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns mal kurz zum Fazit ausholen, derweil wir jetzt hier Max Verstappen noch rumsitzen haben. Also, am Ende, jetzt sind wir auf Platz 12 eingegangen. Ja, pace-mäßig ist es so. Jetzt, wo das ABS aus ist, muss ich mich auf jeden Fall erstmal daran gewöhnen. Ein bisschen, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Rennen dauern, aber dafür habe ich jetzt ja erstmal grundsätzlich Zeit und Mass. Wie gesagt, mit der Schwierigkeit muss ich wahrscheinlich noch ein kleines Stückchen runter. Man sieht es auch ganz gut an der Bestzeit, die wir jetzt hier gedreht haben. Eine 1-7 haben wir im Idealfall jetzt hingekriegt. Und das ist halt besser als das, was natürlich jetzt die ganzen schlechten Teams jetzt hier quasi abgerissen haben. Okay, mit Ausnahme von Vettel, aber ich weiß nicht, was bei dem los war. Also, besser als das, was auch die beiden Alphas zum Beispiel auf der Kette gekriegt haben. Aber es war halt auch erheblich schlechter als das, was der Rest jetzt hier gefahren hat. Also, ich glaube, der Schlechtste war dann jetzt hier noch Gasly gewesen und der war immer noch zwei Zehntel schneller als wir. Ganz zu schweigen von so einem Teamkollegen, der über eine halbe Sekunde schneller ist. als wir gewesen. Und wenn das jetzt über eine halbe Sekunde auch war, ja, dann glaube ich schon, wie gesagt, ein kleines Stückchen werde ich damit runter müssen. Ansonsten, Benzinverbrauch habe ich jetzt auch was Tolles dazugelernt gehabt. Ja, wie gesagt, also gucken, dass wir auch ein bisschen weniger Benzin mitnehmen. Da können wir fast eigentlich punktgenau planen. Vielleicht irgendwie plus 0,5 oder so, dass ich da wirklich halt nicht mal mit dem Arsch auf Grundeis gehe. Aber eigentlich müsste das aufgehen. Also, dementsprechend glaube ich, dass jetzt halt diese Gemischgeschichte wegfällt. Gut, für mich auch nur eine Sache weniger zu managen ist auch ganz nett, aber ja, da muss ich auf jeden Fall dann auch nochmal ein bisschen was anpassen. Genauso wie ich jetzt auch die Fenster angepasst habe, aber das jetzt also zum Rennenende hin ja auch nochmal ganz passend geworden. Ne, also das, wie gesagt, zu meinen ersten Eindrücken. Ihr könnt mal in die Kommentare reinkrachen, wie ihr es bislang so findet, wie ihr auch das Rennen als solches fandet. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich noch, immer mal ganz gerne rein damit. Wie gesagt, auch das Überholmanöver gegen Sonora, das war jetzt nicht so hundertprozentig korrekt. Das weiß ich selber, brauchen wir nicht drüber reden. Wird alles noch besser werden mit der Zeit, sobald ich dann weiß, wie die Fahrphysik sich so ein bisschen verhält. Aber ansonsten, ja, bin ich erstmal grundsätzlich unzufrieden. Es ist halt ein bisschen ein Balanceakt. Also ich habe das Gefühl, ich kann schon grundsätzlich mehr Speed als in den Kurveneingang mit reinnehmen, als es im letzten Teil gewesen ist. Dafür zickt er in der Kurve ein bisschen mehr, also bei härteren Kurven. Der Kurvenausgang wiederum, das weiß ich noch nicht. Also da habe ich jetzt alles Mögliche festgestellt. Von, ich drehe mich fast weg, bis hin zu, ich könnte eigentlich noch 15 Meter früher gefühlt Gas geben, als ich es getan habe. Ja, da muss ich auch mal ein bisschen schauen, alles ist ein bisschen Gewöhnungssache. Aber erstmal grundsätzlich gefällt mir das Spiel ganz gut. Ich bin heiß jetzt auf jeden Fall auf heute Abend. Ich hoffe ihr auch. Und ja, das, wie gesagt, war es jetzt mal von meiner Seite aus. Wie gesagt, wir sehen uns nachher im EA-Stream. Wir müssen dann nochmal schauen, wie das sich dann jetzt so auftut. Dann nachher mit dann Breakpoint, Breakingpoint. Ich hoffe, dass das Ganze so ein bisschen, ja, noch sich eindeikst, dass ich das alles jetzt noch passend hinkriege. Ansonsten, wenn das erst nach dem Stream wird, ja, dann ist das halt so, dann müsst ihr halt auch mal mitleben. Aber wir werden da schon eigentlich alles zusammen heute schön auf die Kette kriegen. Guti, dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein. Freut euch auf nachher. Seid nachher noch im Livestream mit dabei. Und wir sehen uns dann bis zum, ja, bis zu einem späteren Zeitpunkt. Bis später. Es ist so ungewöhnlich, ich sag euch bis zum nächsten Mal, weiß ich. Aber jetzt ist es tatsächlich mal legitim, bis später. Ach, gut. Viele neue Dinge jetzt hier. Muss ich mich erstmal alle mit arrangieren. Auf jeden Fall. Dann bis später. Man sieht sich. Und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du da gerne mehr von sehen? Beschwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern. Und das schon ab einem Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld. Aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen einen Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.